Wir wünschen allen, die dieses Video sehen, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. In dieser Latjani hier, da brennt nicht irgendein Licht, sondern das Friedenslicht aus Bethlehem. Es ist den ganzen weiten Weg von dort bis hier zu uns gekommen. Du musst ganz vorsichtig sein mit deiner Kerze. Du musst die Kerze ganz, ganz vorsichtig halten. In Bethlehem wurde dieses Licht nämlich in der Geburtskirche von Jesus angezündet. Es bringt Licht in die ganze Welt und verbindet uns alle miteinander. Dieses Licht ist ein Symbol für den Frieden. Deshalb wünschen wir uns, dass dieses Weihnachtsfest des Friedens ist hier bei uns und in der ganzen Welt. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schlecht, einsam wacht. Nur das traute hoch heilige Paar, Heule nahe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruhm, schlaf in himmlischer Ruhm. Stille Nacht, heilige Nacht, Schlafin lapse, schlaf in himmlischer Ruhm. Aminuja, tödtes Lach, du Schemmungsnach, Christ, der Rötter ist da, Christ, der Rötter ist da. Aminuja, tödtes Lach, du Schemmungsnach, Christ, der Rötter ist da, Christ, der Rötter ist da. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kurelius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, wieder heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auch dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weiden. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollten. Und sie gebar ihren ersten Söhnen und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst kein Raum in der Herberge. Und es waren Hürden in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und das Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geworden, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald darf dabei den Engeln die Wänge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erde, bei den Menschen seines Wohlefangs. Und da die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, sprachen die Hürden untereinander, lasst uns die in Windel hemmen und die Geschichte sehen, die damals schön ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu, dass das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir alle wünschen ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, dass das Licht von Bethlehem in ihrem Leben scheint, dass es das Dunkle hell macht und dass sie Kraft und Liebe und Kreativität haben, um dieses Licht weiterzugeben an die, die es gerade besonders brauchen. Frohe Weihnachten! 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 Heilige Geist Heilige Geist